Wir sind spät dran, Amigo. Ähm, meinst du, dem Coach wird das auffallen? Ich glaube, es wird ihm auffallen. Kommt mit! Oh, etwas Neues! Oh, ein Knopf! Nicht anfassen. Das ist der Notschutz. Ich habe dir doch gesagt, dass er Augen im Hinterkopf hat, Mann. Ich habe dem Professor einen neuen Trainingssimulator für euch beide aufsetzen lassen. Was ist diese verrückt aussehende Maschine? Was? Ich glaube nicht, dass unser Sicherheitssystem gut funktioniert. Das ist nicht cool, Mann. Tiger-Style! Dingan, was machst du hier? Dingan, bist du taub geworden, Mann? Was? Trainingskomplex spuckt Dingans Geist? Das ist unser holographisches Simulationssystem. Das ist Wahnsinn! Wow, schau mal, wie die Augen einen verfolgen. Egal, wo man ist. Sollte der Rest jetzt von euch nicht trainieren? Dieses Hologramm hat dir Angst gemacht, was? Ich wusste, dass das nicht echt ist. Der echte Dingan ist meilenweit entfernt. Ich habe die Simulation mit allen Bewegungen der echten Abwehr von Invincible United programmiert. Wenn ihr einen Freischuss an diesen Hologramm durchkriegt, dann schafft ihr es auch durch die echten Spieler von Invincible United. Viel Glück! Ich bin dran! Du musst besser sein, um einen Treffer zu landen. Du bist dran! Wenn man es beim ersten Mal nicht schafft! Ja! Keine Sorge, Mann. Das sind Standardsituationen. Und wir können Invincible United auch ohne Standards fernhalten. Captain, das ist eine verpasste Gelegenheit. So wie Scarra spielt, steht die Chance bei 98 Prozent, dass wir morgen einen Freistoß kriegen. Nord hat recht. Bin dabei, wenn du es bist. Hä? 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 Äh? 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 Sieht zu. Dieses Mal wird es kein nerviges Geräusch geben, weil ich treffen werde. Jetzt haben wir ein wirklich, wirklich nerviges Geräusch. Ein wirklich, wirklich, wirklich nerviges. Welches nervige Geräusch meinst du überhaupt? 30 Stockwerke tief mit einem lustigen Kerl. Die Sicherungsgeneratoren müssen sich eingeschaltet haben. Wir gehen jetzt nach Hause.